So, Messetag 3 startet. Wir machen uns jetzt auch wieder auf zum Bahnhof. Da treffen wir uns wieder mit die Lixen und mit Steffis kleiner Bücher Express und ihrem Freund Marien. Und ja, dann machen wir uns wieder auf zur Messe. Ja, wir sind an der Messe angekommen. Der Messe Samstag kann beginnen. Bücher Nixen sind auch bei mir. Und ja, jetzt versuchen wir mal reinzukommen. Untertitelung des ZDF, 2020 I need only you in this crazy world Cause we got love, love I need only you here with me You wanna get close to me? Why don't you do it right now? You know we met for a reason but you're trying to deny That we should be together, it's heavy weather We're heading for tonight You better take what you can cause the time is right now We only need the two of us So, wir sind heute jetzt, hier Samstag, an einem der wichtigsten Termine überhaupt von der ganzen Messe, von ganzen Messewochenende, nämlich das Meet & Greet und so von unter anderem Laura Newman am Drachenmond Verlag stand. Ja, ich habe die Laura jetzt zwar noch nicht entdeckt, aber wir gucken mal, wo sie denn so ist. So, die Hauptakteurin ist eingetroffen, die ganzen Meeu-Man-Mädels sind da. Ja, natürlich, der Nick, unser Booktoaster, ist auch da. Und wie gesagt, die Newman-Mädels sind da. Laura Newman samt Mutter und Oma. Ja. Ein Gelder-Schein, weg und noch nicht. Ja. 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 Die Laura verteilt ja wieder ihre berühmten Goodie-Bags. Ich halte mal da in die Goodie-Bags rein, bevor alle weg sind. Es sind nämlich diese ganze Menge. Das war bestimmt wieder eine unheimliche Arbeit, die sich die Laura da für ihre Lese gemacht hat. Und ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Fanboy, gebe es ja zu. Eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Und ja, ihr habt ja bestimmt möglicherweise meine Rezension zu Disney World gesehen. Ein grandioses Werk. Jetzt wird es bestimmt ganz schön stressig für Laura. Ich habe die Vermutung, dass die ganzen Leute da, äh, ja, gerne, äh, ja, von Laura Fuchs signiert haben wollen oder eine Unterschrift oder eben so ein Goodie-Bag gerne bekommen würden. Ja. Von dem her. Oh. Oh. Hallo Steffi. Ja, Lady of the Books ist auch am Start. Und die Sandra ist auch da. Ja, ja. Ja, Äh, äh. Ja, äh, äh. Wer grünen ist jetzt hier einfach mal an die Schlange da? Also gar nicht. Ja, die Schlange ist ganz schön lang, äh, ausscholidor. Vielen Dank. When storms are moving in to make this hard to last Let us light em up, light em up Let us light em up, light em up If we start remembering bad memories of the past Let us light em up, light em up 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 When storms are moving in to make this hard to last Let us light em up, light em up, light em up Let us light em up, light em up We start remembering bad memories of the past Let us light em up, light em up So, ich versuch mich jetzt mal wieder vom Ende der Schlange vorzumögeln Ich glaube, ja Ist das hier das Ende der Schlange? Ja, hi Wir kommen am Ende der Schlange Für Laura Für Laura Ja Siehst, Laura? Hier ist das offizielle Ende der Schlange Und ganz da vorne da bist Da bist du Da bist du Ich hab sie kurz gesehen Aber wirklich nur die oft noch nicht Ahnung, die sie überarbeitet Ja, ich hab klatscht, ich bin hier geredet Meine Mama und die Oma sind auch dabei Ah, wie cool Ja, ja Ja, gerade ist die Niki hier aufgeschlagen Kennst du vielleicht von Noel und Noelle Das ist nämlich die Autorin Hallo Das ist meine Lektorin Hi Gut gemacht Gut gemacht Gut gemacht Ja, es ist oftmals das Lektoralis Damit steht und fällt ein Buch oftmals Das ist so Das ist so Ja, das ist so Äh Aber Mann Als Lektor Du bist ja Äh Kein Übermensch So Ich glaub Das beste Beispiel Von meiner persönlichen Einschätzung ist zum Beispiel Äh Shades of Grey Da wenn du Zehn gute Beste Weltbeste Lektoren drüber lässt Ist es schwer Es ist schwer Daraus irgendwie ein gutes Buch zu machen Finde ich So Leute Wir sind jetzt gerade in der Chillout Area Wir sind hier Äh Bei der Signierstunde vom Phil Äh Der Trashy Gibt hier ein bisschen Autogramme Und verkauft auch sein Äh Werk Das hier in die Kisten Äh Schon gerade angeliefert wurde Äh Von den netten Herren hier Äh Phil selber ist jetzt noch nicht da Aber Es äh Dauert ja noch ein kleines Kleinen Moment Äh Bis Das Signieren anfängt Ich bin mal gespannt Äh Wie viele Leute kommen Äh Äh Ich bin sicher da kommen Komm Ja So Äh Mr. Trashpack Philipp Beetz Äh Ihr habt ja das Video gesehen Bisher Falls ihr nicht recht geklickt habt Äh Äh Die Schlange bei Laura war länger Bei Äh Äh Eine Freundin von mir Die Laura Neumann Die hat da vorne am Drachenmond verlagen Äh Gerade ihre siebliche Stunde Äh Die Schlange ist leicht länger Äh Und jetzt äh Äh Aber Naja Äh Aller Anfang ist schwer Und von dem her Ja Ja Und von dem her Ja Und von dem her Ja Ich bin mir liebter Weil das auf die Präparation Ja Einmal Ja Ja Das hat mir nicht Das ist der Wunsch Ja Ohne Ghostwriter Das ist kein Ja Das ist ja auch persönlich ganz wichtig Das ist wirklich Weil das mein erstes Nachher uns das ist Das ist einfach ein Typ gehen Das wäre ja Und wenn das wäre falsch Und dann Das wäre Ja genau Dankeschön Danke So Leute, wir waren uns gerade auf dem Weg, zum samt-täglichen BookTuber-Treffen. Stell dich mal ganz kurz vor. Ich bin die Katja von Katalofs Box und ich laufe einfach hier mal mit. Genau. Hey, Fifi. Ich stelle mir ganz kurz vor, das ist Fifi. Der spurt nicht immer so ganz, wie er eigentlich soll. Ab und zu läuft er die Leute zwischen die Beine und so. Aber ja, wie auch immer. Wir machen uns jetzt gerade auf dem Weg von Halle 5 in die Halle 4. Vor die Messebuchhandlung, so heißt es ja. So, wir sind jetzt gerade beim BookTuber-Treffen hier angekommen. Und ihr wundert euch, ja, wir haben den ganzen Saal hier gemietet extra für unser BookTuber-Treffen, weil wir sind ja mittlerweile einige, aber ne, es ist einfach nur hinter den Kulissen ein bisschen Platz, damit wir ab vom Schuss sind. Hier ist der Nick. Ja, der hat gerade ein Interview gegeben mit einem Blogger, mit... Blende Fifi. Genau, Fifi. Ich blende wahrscheinlich irgendwie hier eine Visitenkarte und so von ihm ein. Und ja, vor zwei Jahren haben wir uns schon hier gesehen. Hallo. So. Und die Mädels, die sind ein bisschen raus aus der Szene. Ja, deswegen stellen sie sich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Oh nein. Spontan. Ja, ganz spontan. Ganz spontan. Wir sind Rieke und Franzi von dem Bücherin. Ja, das ist Rieke und Franzi. Genau. Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal. Und nach vier, zwei, drei Jahren. YouTube eigentlich so theoretisch, aber zur Zeit sind unsere Videos so maximal zwei Monate mal. Genau. Wir müssen damit rechnen, dass wir so etwa drei Monate Schack-Videos planen. Aber wir versuchen es... Also wir sagen eigentlich fast immer, dass wir versuchen, das besser zu machen, aber es klappt nicht so richtig. Genau. Ja. Ja. Ihr müsst trotzdem unbedingt auf den Kanal mal klicken, weil die machen nämlich... Wenn sie mal Videos machen, sind die nämlich richtig geil. Dankeschön. Und vor allem das Intro ist endgeil. Aber nicht erschrecken. Also das ist richtig geil, aber nicht erschrecken. Derquet. Jetzt kommt ein paar Bücherin in der Karte. Dann kommt ein Bier an die Nabensfamilie. Oh, das ist einfach so. Du musst besser jetzt an die Idee gehen. Ja, das ist eigentlich nicht so. Ungefähr nicht mehr. Also das ist echt wichtig. Du bist echt nicht mehr. Das ist es einfach nicht mehr. We are close to see the sun, but clouds got in our way. Und so. Musik 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 Aber wir kennen es hier, teilweise schreiben wir mit den Leuten, ich mache heute vorhin auch ein bisschen aufucharistisch. Heute kommt der Morgen noch ein, heute ist die Schule. Jetzt kommt der Morgen noch malabend an. Heute kommt der Morgen ab. Wie hat der Moment gesagt? Wie war das noch so? Ich bin wirklich super, und ich bin schon noch gespannt. Ich bin schon sicher, ich bin aber nicht sicher. Ich glaube schon, ich bin doch noch. Ich war schon sicher. Oh, klar! Ich bin gerade nicht gelungen. We are waiting for you. Musik Das war doch lecker. Ja, einfach immer wieder schön wenden, so wie jetzt hier wieder die Laura, Laura Newman und wie hier Annika Bühnemann übrigens, auch mal Autoren bei unseren Booktuber-Treffen dabei schauen, das ist super. Würden wir uns ehrlich gesagt viel mehr wünschen, aber ja, wir haben die zwei Besten dabei und mehr brauchen wir auch nicht. Wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Manche Booktuber können offensichtlich auch nicht mehr so stehen, aber ich verstehe es, mir tun auch die Füße nicht. Ja. Immer daran denken, dass es Spaß machen muss, sonst wird das doch alles. Genau. Es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen. Spaß muss es machen. Spaß. Und ich habe es gerade schon zu Laura gesagt, an alle großen Verlage hier draußen in der ganzen Welt. Ja. Ja. Ihr müsst die Frau endlich mal unter Vertrag nehmen. Lest doch mal ihre Bücher. Die sind alle sowas von sensationell gut. Ja. Das kann doch nicht sein. Ohne Witz, ihr habt manchmal so viel Stuss und schlechte Bücher im Programm. Kann euch mit Laura nicht passieren. Das kann euch mit Laura nicht passieren. Ohne Witz. Ohne Witz. Ist so. Ist so. Ne, das ist nicht lustig. Das ist todernst. Das ist todernst. Das ist mein vollster Ernst. Wirklich. Ohne Witz. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass das noch irgendwann kommt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ich werde die ganzen Verlage hier immer weiter behandeln und weiter beschnacken. Weil das mache ich nämlich. Mach du das noch? Das mache ich nämlich. Jedes Mal. Das ist auch gestern schon und vorgestern beim Arena Verlag. Also, hey, ich hätte eine Autorin für euch. Die schreibt sensationelle Bücher. Und wenn ihr sie nicht als Autorin wollt, dann macht ihr euch ein Cover. Genau. Dann macht ihr euch ein Cover. Das kann sie nämlich auch sensationell gut. Schaut euch mal die Bücher ein. Okay. So, sind wir wieder drin. Langsam löst sich's auf. Wir werden immer wenige. Katja auch jetzt ab. Wir werden jetzt auch mal berichten. Keine Ahnung. Mal schauen. Musstiforme hoch intervene. Und das nächste wird Lisa Sophie. Die hat um 17 Uhr hier eine Lesung. Also, marker zwei. Und ja, das will ich mir reinziehen. Ich sage es ja, Evolution, die Stadt der Überlebenden, da wird doch Altera super in das Programm eigentlich passen. Liebe Leute vom Arena Verlag, Altera, das wäre doch was für euch. Ja, der Thomas Thiemal, der schreibt richtig gleiche Bücher im Übrigen, falls ihr ihn kennt. So, wir sind jetzt am Lesetreff. Die Lisa wird gerade noch ein wenig schick gemacht und ja, jetzt ist gleich ihre Lesung. Ich glaube, die ist schon ganz schön nervös. Von so vielen Leuten spricht sie auch nicht jeden Tag. Eigentlich ist sie ja ein wenig schüchtern, aber ja, wird sie schon hinbekommen, ich bin mir sicher. Ohne Witz, ich hätte es echt nicht gedacht, dass sie mich jetzt doch noch hier anstellen. Aber naja, es scheint ja relativ flott vorwärts zu gehen. Jetzt muss ich ja ewig warten, bis ich eine Signatur von dir kriege, Lisa. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, es ist sehr schwierig. Ja, was du dann machst. Ja, es ist ein schönes Mal so, als wäre das so. Ohne Witz, das ist schon mal gut. Ich bin total gut. Ich habe echt mein Herz so gewischt. Ohne Witz, ja, das ist gleich. So, oh mein Gott. So, jetzt sind wir selber mal an der Reihe. Hier. 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 Und beim Trashpack heute war es nicht ganz so, ja, da war bei weitem nicht so viel los. Ja, ich habe das auch nicht gedacht. Als hier. Ich habe so mit 10, 20 Leuten gerechnet und in Deutschland, ja, wir machen eine kleine gewünscht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, aber es ist cool. Aber ich finde, dass Sie da waren. Ja, ich finde es toll. Ich würde es auch rezensieren. Ja. Ja, ja. Und ich bin, also ich bin, bin für das Erstlingswerk, das ist unheimlich gut geschrieben. Also, aber du hast ja schon, schon früher mit deinem Artikel und so, man merkt schon, das ist nicht, da ist schon ein bisschen mehr Erfahrung dahinter. Also, ich habe schon weitaus schlechtere Erstlingswerke gesehen und das ist wirklich gut. Und das ist wirklich gut in dem Sinn. Ja, die Lisa aka It's Cold Slower, die gibt noch ein bisschen Autogramme, signiert noch Bücher. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, schauen noch ein paar Cosplayer im Vorbeigehen an und machen uns jetzt langsam auf den Rückweg ins Pressezentrum. Ja, da werden wir hoffentlich die Mandy wieder auftreiben. Äh, ja, für die Bücher nixen, ist ja klar. Äh, und, ja. So, wir checken aus, auf in der Aufzug. Ja, endlich drückt mal einer. So. Ja. 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 Ja, cool. Cosplayer ist was cooles. Doch. Ja. Ja, ja. Hilfe, unsere Füßen. Ja. Ich konnte nur nicht. Oh, der macht jetzt gleich zu. Eigentlich wollten die Büchernixen da noch ein bisschen shoppen, aber die lassen nichts mehr anprobieren. Wir sind ein bisschen zu spät dran. Von dem her, egal. Wir gehen jetzt essen. Mal gucken, wo. Es heißt nämlich Subways, aber Leute, ich habe echt null Bock auf Subways. Ich will heute mal was Gescheites. Nämlich eher kein Fastfood und so. Aber mal gucken, wie es wird. Bis zum nächsten Mal.